Jo Leute was habt ihr gedacht? Willkommen zu einem neuen Video. Geht es euch auch so mitten in der Nacht, wollt ihr einen Snack machen und was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht wer es weiß, es gibt ja hier diese Leberwürste oder auch diese Mettwürstchen und mir ist es gerade wieder aufgefallen oder eingefallen wie ich das mache, ich weiß nicht ob ihr das schon kennt, normalerweise würde man jetzt hier lang schneiden, aufschneiden, dann kann man hier was nehmen, aber dann trocknet halt die Hälfte aus, die Hälfte, das wird so schnell ekelhaft und deswegen macht es so Leute, ihr stecht hier rein oder schneidet halt rein, dass ihr so einen kleinen Riss habt, hier, Leberwurst mit Senf gibt es gleich Alter, so geil und das war es auch schon und dann drückt ihr das raus, glaubt mir, drückt das raus, weil dann habt ihr viel weniger Angriffsfläche, dass dieser ganze restliche Scheiß, oh jetzt habe ich es gerade ein bisschen kaputt gedrückt, aber dann habt ihr viel weniger Angriffsfläche, ja es ist jetzt schon, jetzt habe ich wieder zu wütend gemacht, weil das alles vertrocknet jetzt, dann muss man am Ende das wieder wegwerfen, bla bla bla, oder ihr habt natürlich eine Tupper oder so, aber habe ich alles nicht, ja und dann geht das besser Leute, dann geht das besser, da kommt jetzt noch schön der gute alte Senf drauf, warum mache ich eigentlich dieses Video, keine Ahnung, ich muss hier gerade mal Hardstone spielen, hier, ich zocke hier gerade noch nebenbei Hardstone, Moment mal, ähm, was machen wir, was machen wir, das, das und das, ähm, ja, das war ein Lifehack Video, paar Exzellons Leute, ich brauche noch mehr Leberwurst, mögt ihr Leberwurst? Also ich esse es nicht oft, aber ab und zu mal und dann wirklich mit Senf gleich drauf, tja, brauche ich noch mehr, eigentlich brauche ich noch ein bisschen, jetzt habe ich halt den Schlitz schon zu groß gemacht, so, so ein bisschen noch, zack, eigentlich ist Leberwurst eklig, finde ich, vom Geruch und alles, aber mache ich es mal, manchmal kann man sich das einfach gönnen, Apropos gönnen, Leipzig hat Bayern gebumst, sehr, 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 sehr geil, so, ich muss kurz hier wieder, ähm, was spielen, ne, sehr, sehr, sehr geil, ja, aber ansonsten, wie spielt es eigentlich, 23.17 Uhr, Ja, so, jetzt kommt hier noch schön der Senf drauf, nicht zu viel, man muss nicht übertreiben, das ist der Tomi, ne, der gute Tomi, und dann, geht das hier gut ab, du, und dann kann man sich das gönnen, ich schneide es immer noch einmal in der Mitte durch, jetzt brauche ich nur noch scharfe Messer, dann leckt man das Messer schon ab, das zeige ich jetzt nicht, ja, ansonsten war es der Lifehack, guckt, wie geil es geworden ist, scheiße, nein, eigentlich müsst ihr wirklich nur einen kleinen Schlitz reinmachen, und dann könnt ihr es rauspressen und dann trocknet euch diese ganze Scheiße nicht ein, ich muss es jetzt so lassen, vielleicht sogar am besten wieder in diese Tüte quetschen und dann kannst du wieder in den Kühlschrank und dann gibt es in einer Woche oder so wieder was, ja, aber ich lasse mir das jetzt schmecken und euch noch einen schönen Abend, ne.